m hallo ist eine gute zu 86 herzlich willkommen zu es ist ein spiel und schenzt Part 34 Mördes dauer und die Pistole jetzt ziehen uns kann ja wie die Schilder aus Haken Hakel's Progessien Hakel's Progessien Hakel's Progessien Hakel's Progessien oder für das ist ein bisschen finde ok Das ist ja so, dass ich mich nicht mehr so fühle. dann ist sie nur so gut gemacht so auf geht die post die der kreis schmutzung zu tun ich muss ein tolles unter so ein weiterentwickeln So, damit ich noch was, dann tauche ich erst mal hier. Mal gucken. Das ist tauchen auch echt einfach. Aha. Hab sie. Selbst im Tod fachst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. Genau. Wir sind jetzt so. Dann lass uns nach oben ziehen. Äh, Bike. Okay, dann schon mal. Äh, halt. Die Götter lieben großzügige Seelen. Dankeschön, dass ich mit fahren darf. So. Danke. 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 Ja, kommt nur die Liebe, na, komm. Danke. Ach wirklich. kurs als andere kurs als zusammenscheid er ist mir egal ob es ist er kommt uns jetzt mal es wird es nur weiter schritt hier es gibt mehr gespürt auf ich konnte mit sie jetzt mal weiter schon was ich jetzt habe ich habe mir sonst zwei sie nötig sind jetzt muss man bei alten relikten nachhelfen damit sie wieder perfekt sind aber mir fehlen einige dinge dafür du wirst nie auf mich zu überraschen und das haben wir auch zuerst um mich auch hin zu tun 8 7 passt nicht ja 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 so ja 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 und los gehts weil es wirklich gerade nicht laufen hier ich habe noch sehr viel Kohle davon in diesem Spiel ich kann ja immer wieder switchen damit ich schaue mal die Stimme mann mann kommt vor bis nun zu Blüten können natürlich auch ganz viel von den Diensten haben wir hin doch kommt wieder durch ist natürlich gerne noch jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen du bist wahrlich ein Geschenk der Götter wir bringen Icarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar dazu gibt es keinen Grund oder aber opfere lieber meinem Sohn ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hippodrom gezeigt machen wir gehen wir Mutter wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern ja du hast recht jedenfalls kann er froh sein dass die Icarus Büste wieder da ist ja wohl da auch nochmal 1000 ja und Aufstieg 14 und ein neuer Fähigkeitspunkt so dann machen wir uns die nächste Hohenmutter so mal gucken dann machen wir uns die Fähigkeitspunkte aus und noch hm 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 m 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 Handelsvertreter, okay, so, ja, cool, okay, so, ja, 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 späiter, so, ja, so, ja, so, ja, okay, so, ja, so, ja, so, ja, nicht mehr als nächstes Worte hier unter aber ich muss bis zwei Uhr ob zwei Höhlen auf das ist ja nicht zu empfangen mehrere Platz zum Bekommen muss ja auch mal sein von dem Pistole auf 14 Uhr nicht cool eigentlich auch mal hingehen mit auch ein paar Jahren Dinger wieder machen natürlich und so okay kann ich nicht schaden die Zähne nicht in den da wollen wir mal los geht's ich hätte ich hier nicht erwartet ach die ja schon ein hübsches anwesen ja wir hatten glück vater züchtet pferde und diese haben schon oft bei den spielen gewonnen ich habe ihn erzählt und was genau nicht viel dass du lenker bist und dass du klar das gut kennst zu gut viel zu gut er möchte dich kennenlernen oder nicht wache augen tadelloser gun sie besiegen du scheinst dich mit pferden auszukennen nikias wer ist ein freund vater das ist bei er voran gegen klar das mein vater hello gratis von kanopos sohn des chemistocles von kanopos klar wie das sag mal wie du fährst barik nikias sieh gut hin vielleicht kannst du etwas lernen es heißt bei schön sie war auch eine eigene rennstrecke nein es ist ein kleines dorf aber wir hatten streitwagen dank der pharaon des alten königreichs das ist die freiheit okay warte quest wilder ritt warte quest wilder ritt oh geil bei nun bekomme ich reiter cool ok ich kann mich kaum erinnern vorsicht als die züge fester ich habe ein jahr das war der wahre meister bei den rennen egal was klar wie das auch gerne wäre die gleiche fahrt hat ich gar nicht geliebt er war sein lieblings sein lieblingsfahrer sei sie meinem vater dein naturtalent die gleiche als eine kontrolle kann er ist ein händchen dafür du bist ein naturtalent ach wirklich danke wenn du für die grünen fährst werden wir im hippodrom gewinnen können nicht von dir du bist ein naturtalent achtung du hast ein händchen dafür ja ich will schneller Bayek welch tempo äh das ich die ich 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 glaube mir ich auch Hilfe! Ah, okay, so lang. Alles klar. Da haben wir uns bald geschafft, eigentlich. Was ist da los? Da stimmt was nicht! Was ist los? Da steig auch mal auf Bayek. Ich bin doch hier, was ist? Ihr habt Saganaki stehlen! Ikias! Pferdediebe! Ihr! So eine Frechheit! Sie ist mein ziegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Klar. Wir enttäuschen dich nicht, Vater! Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht erfolgen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Warte, der Warte! Warte, Leute! Let's go! Ihm folgen! Perfekt! Dann folgen wir mal! Na, warte, ihr Penner! Sowas gehört sich nicht! Lass mich mal durch, bitte! Wo lang? Mehr als mit... Mehr als alle anderen im Stall! Schön! Für Philokrates! Was sind die Idioten? Wir kriegen das Pferd locker wieder zurück! Keine Angst! Ich bin hier Bayek! Der Assassiner! Okay! Sag mir wohin! Und dann... Reiten wir da auch lang! So! Hm! Hm! Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Okay, mit denen lege ich mich jetzt mal nett an! Wir müssen in der Nähe sein! Für Icarus! Die Grünen von Prasina! Für die Grünen! Wohin jetzt? Ich reite dir nach, Kollege! Ja, Digga, entscheide ich doch mal! Die Banditen werden es sein! Keine Ahnung! Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns! Alles wird gut! Da sind die Banditen! Abschaum, der für den Blauen arbeitet! Ganz sicher! Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen im Süden! Ich glaube, sie reiten Kriegsniehe Pferde! Was? Ist das dein Ernst? Entschuldigung, mein Freund! Digga! Gehe? Okay, wir müssen auf den Ballen gehen! Perfekt! Keine Angst, ich greife mir die Förder! Aber, ich habe keine Angst! haben und hier das ganze Blut von dem drecks Kogodil habe ich das ganze Blut jetzt drin bekommen, aber egal, kann man aufnehmen so, jetzt muss ich grad gucken das muss man schon hier da durch ja, das nehme ich grad noch, dass ein Kogodil da grad noch mit wow hm das ist kräuter, ich hab' den geheimen ich hab' den Geschirrkopf da da ah, die Penner sind da also da oben, ok kein Problem dann schnapp' ich mir so mal von da oben ja, ja, jetzt hab' ich halt mal ein anderes Shred, aber guck mal jetzt hab' ich hier doch das hier aber ich hab' jetzt noch auf auf diskwechselt und bleib' jetzt mal auf dem Schritt, weil jetzt wir müssen mit dem hier kämpfen ich will alle Schwatter benutzen und auch alle Bögen natürlich wird alles benutzen in dem Spiel hey ich töte dich aha oh, alter na, warte, so schön na, warte, so schön ja, jetzt ich höre mich du darfst, ich will komm' ja 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 so so perfekt so, jetzt hab' ich darauf vielleicht gedacht, da hätt ich immer hin und fressen, das hab' ich gar nicht gesehen gehabt, dass da noch einer war Mann Anzeichen von Gewalt und Blut vergießen, wem sollte ich nachgehen ja klar, sag mal hier, Sino jetzt mal hier Sino komm, Sino, let's go jetzt mal hier sino, mach' ich das mal hier okay okay oah, das mit Sino ist einfach genial hab dich komm' zurück Sino, danke er hatte man kann ich auch die hülle gehen können was egal das ist ja richtig episch die wachen hier sind sehr aufmerksam ok mal gucken ich helfe dir mal ein bisschen hier so freundchen untersteht ich alter heute was willst du hast ein Schussproblem jetzt haben wir nicht ab so ungefähr lass mir in Ruhe na ja das ist erstmal geschnitzt den Pendler her damit aha ok so wir haben bisschen was an Kohle und so ich hab jetzt das Pferd dann wollen wir mal abhauen naja die können nicht mal da der jetzt grad der Maast freudsweise kann die nicht mal hier wow scheiß ich muss das Fett zurückbringen ok das funktioniert ne dann stellen wir mal an Landausbraten ok alles klar dann machen wir was an Land ich hab gedacht ich kann das nicht mehr denken müssen oder können dass das nicht funktionieren kann sowas hey hey ja ja hier ist ja doch auch hier ist ja doch aber auch wirklich genial aber hey wir haben die das Pferd da rüber gebracht oh Gott sei das so gut ist hm 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 ich muss jetzt also wie oder was zum henker ich bin doch hier also das ist doch eine insel und jetzt ist er doch auch schlau ist doch aber auch schlau wirklich wie soll ich das pferd zurückbringen hallo die ist doch auch schlau ist doch auch so schlau wirklich schweißen ja komm, schlau auf bei jetzt jetzt reicht's jetzt jetzt stipp, oder du Drecks komm ja jetzt so und weiter geht's jetzt hm hm äh ah ok, ich kann jetzt hier über die ganzen Inseln hier reiten ja toll wirklich so so jetzt reicht's jetzt ja den Weg auf zu nerven so so jetzt wieder aufstecken hier warte mal oh ne jetzt geht das wieder los ich steck mal kurz hier ab jetzt oh scheiße jetzt ist es gescheitert wegen dem scheiße Drecksviech hier ey ja toll das hilft mir jetzt gerade nicht weiter ey scheiße alter ja ja nur ich hab das viele pferd angeschlagen wegen dem Drecksack da ey oh kommt leute und kann das jetzt nicht irgendwie speichern oder irgendwas das dann irgendwie irgendwie zum verrecken hier bringen ey das ist doch scheiße grad sowas kann man die scheiße nicht nochmal neu starten irgendwie gut und wenn ich jetzt hier den packen wir sehen uns im nächsten party da also bis gleich vielleicht mild